Rassismus gegen Weiße eskaliert. Jetzt geraten mehr und mehr Kinder ins Visier, auch in Ostdeutschland. Mehr dazu heute hier in der Sendung. Unser Land hat sich drastisch geändert und Katrin Göring-Eckardt von den Grünen freut sich darüber. Das ist der Brennpunkt des Tages. Jetzt geht's los. Am Mittwoch hat die Nationalelf gegen Ungarn gewonnen, 2 zu 0. Und kurz nach dem Spiel hat sich Katrin Göring-Eckardt, die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages von den Grünen, mit einem erschreckenden Tweet zu Wort gemeldet. Darüber will ich heute sprechen mit meiner Kollegin Steffi. Hier hat sie geschrieben, diese Mannschaft ist wirklich großartig. Stellt euch kurz vor, da wären nur weiße deutsche Spieler und dann drei Regenbogen-Emojis. Und mein erster Gedanke war, ja, das muss man sich mal vorstellen, ausschließlich weiße Deutsche auf dem Platz, die dann vielleicht sogar noch den Titel holen, so wie 1990. Das erinnert ja wirklich an dunkelste Zeiten, an das dunkelste Kapitel. Aber was sagst du zu dem Tweet, Steffi? Ja, als ob es schlimm wäre, etwas Negatives, wenn wir ausschließlich deutsche Spieler hätten, weiße Spieler ohne Migrationshintergrund. Also damit hat sie sich einmal mehr wieder entlarvt als Antideutsche. Und du hast es schon erwähnt, 1996 war die Mannschaft weiß und Europameister und 1990 war sie weiß und Weltmeister. Und was ist so schlimm an einer deutschen Nationalmannschaft mit weißen Spielern ohne Migrationshintergrund? Aber Paul, vielleicht gibt es ja auch inzwischen andere Maßstäbe, die wir noch nicht kennen. Vielleicht gibt es so Vielfaltsquoten oder wir haben einfach noch nicht mitbekommen, dass vielleicht irgendwann weiße Spieler sogar verboten werden, ja, um Minderheiten zu schützen oder Minderheiten noch mehr in den Vordergrund zu bringen. Wir sehen das ja auch tagtäglich in der Werbung. Um nur mal ein Beispiel zu nennen, da sehe ich eigentlich kaum noch Deutsche ohne Migrationshintergrund. Also ich sehe vorzugsweise Schwarze und Orientalen, als wären wir hier mitten in Afrika oder im Nahen Osten. Von daher, wenn es um Minderheiten geht, muss man ja sagen, wir sind ja fast schon die Minderheit. Also die Weißen sind eigentlich unterrepräsentiert und eigentlich eine vom Aussterben bedrohte Art, wenn man sich mal die Demografie anschaut und die aktuelle Entwicklung. Ja, und wir sind ja gar nicht so farborientiert, aber die Antideutschen, die zeigen ihren Rassismus wirklich in dieser Farborientierung gegen Weiße. Auf der anderen Seite wird ja immer wieder propagiert, gegen Weiße, insbesondere gegen Deutsche, gibt es keinen Rassismus. Und auch der WDR hat das auch schon mal erklärt und hat zum Beispiel ein Weißer gefragt, ein paar schwarze Spieler, ob er mitspielen darf. Und die haben dann gesagt, nein, wir wollen hier keine Weißen und hat dann den WDR gefragt, ist das auch Rassismus? Nein, Rassismus gegen Weiße gibt es nicht. Ja, logisch. Und da muss man wirklich mal drüber nachdenken. Es gibt keinen Rassismus gegen Weiße, weil Weiße privilegiert sind. Also wir sind jetzt nicht privilegiert, uns von fremden Ländern und fremden Völkern durchfüttern zu lassen, sondern wir sind wahrscheinlich zu privilegiert wegen der Nobelpreise in Chemie, Physik und Medizin oder wegen der vielen Erfindungen. Kann sein. Das ist so ein Privileg, dass sich Weiße auf die Fahne schreiben konnten in ihrer Geschichte. Und deswegen gibt es keinen Rassismus gegen Weiße. Wäre eine Erklärung. Es ist alles so widersprüchlich, ja, auch weil die Grünen ja mal sagen, Hautfarbe spielt keine Rolle. Dann spielt es aber wahrscheinlich doch eine Rolle, wenn Katrin Göring-Eckardt so etwas postet. Man muss sagen, mittlerweile hat sie den Post gelöscht und hat gesagt, ihr tut die Formulierung leid. Allerdings muss man hier aufpassen, sie sagt, die Formulierung tut ihr leid, nicht aber der Inhalt. Das heißt, sie wird weiter dahinter stehen. Und sie sagt, sie hat sich nur bezogen auf eine Umfrage, die durchgeführt worden ist für eine öffentlich-rechtliche Dokumentation, wo es um Rassismus und Fußball ging. Und da haben nämlich 21 Prozent der Deutschen, Infratest-DiMAP hat die Umfrage durchgeführt, angegeben, dass sie sich mehr Nationalspieler mit weißer Hautfarbe wünschen würden. Was ich ehrlich gesagt nachvollziehen kann, weil eigentlich eine Nationalmannschaft, die sollte ja das Land repräsentieren. Und Teile der Bevölkerung fühlen sich eben nicht mehr von dieser Mannschaft, die Mannschaft, die man so schön sagt, repräsentiert, weil diese Mannschaft eben ein anderes Deutschland repräsentiert, nämlich die Multikulti-BRD mit möglichst vielen Hautfarben. Und deswegen kann ich diesen Wunsch nachvollziehen. Für Katrin Göring-Eckardt ist es natürlich ein Dorn im Auge. Sie hat sich da auch auf diese Dokumentation berufen, die ja wieder mit unseren Gebührengeldern nach groß aus dem Boden gestampft worden ist. Und wir können mal reinschauen in die Doku, was da hauptsächlich Thema war. Was wollen wir eigentlich zeigen? Was dürfen wir eigentlich zeigen? Ist das eigentlich total okay so? Ist das eine neue Entwicklung, die uns gut tut? Das ist die Frage, kann es einen gesunden Patriotismus geben? Wenn man das erlaubt, diesen Stolz irgendwie wieder die Tür aufmacht, dann habe ich das Gefühl, dauert das nicht lange, bis er eben wieder an diesem Punkt führt, dass man versucht, stolz zu sein auf eine Geschichte, die eine zu Recht schambehaftete Geschichte ist. Eine Geschichte, auf die man nicht stolz sein kann. Wo versucht wird, irgendwas wieder zu verharmlosen. Gerade die Zeit des Nationalsozialismus zu verharmlosen. Ich habe damals mit vielen gesprochen, mit vielen Freunden, die jüdisch sind oder in anderen Formen zu Minderheiten gehören. Denen hat das richtig Angst gemacht. Ja, Paul, der deutsche Patriotismus macht natürlich auch Menschen mit Migrationshintergrund Angst. Wegen der zwölf Jahre, kann sein. Also angeblich wird ja gesagt in der Dokumentation. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass Juden wirklich reale Angst haben, weil ein paar Deutsche zur Weltmeisterschaft da ein paar Fähnchen aus dem Fenster raushängen. Also, weiß ich nicht. Ja, wir hatten es ja auch schon in der Sendung mit den 21 Prozent. Und dann ist sie ja zurückgerudert. Aber sie hat dazu auch gesagt, die Frau Göring-Eckardt, dass sie diese 21 Prozent, die sich noch mit ihrer deutschen Nationalmannschaft identifizieren wollen, auch noch überzeugen will. Aber wir müssen ihr mitteilen, diese 21 Prozent haben eben eine andere Meinung als sie. Also wir haben ja Meinungsfreiheit, laut Frau Göring-Eckardt. Und das ist in einer Demokratie ganz normal, dass sich eben 21 Prozent der Deutschen eine Mannschaft wünschen, mit der sie sich besser identifizieren können. Und gut, Frau Göring-Eckardt hat da einfach schon immer eine antideutsche Haltung gehabt. Und sie hat sich einmal mehr jetzt entlarvt. Auf jeden Fall. Und man muss sagen, dieser Hass gegen alles Deutsche, gegen den Stolz auf das eigene, der macht auch ziemlich skrupellos und kalt. Also da haben wir eine Geschichte gehört aus dem Innenausschuss des Deutschen Bundestages, wo also gesprochen worden ist über den Polizistenmord in Mannheim und über die Gefahr des Islamismus. Und da gab es wohl einen Zwischenruf von Katrin Göring-Eckardt. Mittlerweile haben das Mitglieder mehrerer Fraktionen, mehrerer Parteien auch bestätigt. Und zwar soll sie da, wo es um den Kampf gegen Islamismus ging, zwischengerufen haben, Mimimimimi, also sie hat sich noch drüber lustig gemacht. Wir haben ja die Gefahr wirklich einer islamistischen Bedrohung auf unseren Straßen, wo dann eben es Messerangriffe gibt, wie in Mannheim auf Michael Stürzenberger, wo dann auch der Polizist zu Tode kam. Und sie macht da so einen Zwischenruf. Wir haben es ja auch gesehen im Berliner Abgeordnetenhaus, wo die Grünen über den Fall noch gelacht haben. Und das ist so eine Kälte, so eine Skrupellosigkeit, so eine Unmenschlichkeit eigentlich, die einem nur Angst machen kann. Und der Matthias Helferich, der dabei war im Innenausschuss des Deutschen Bundestages, AfD-Politiker, der hat auch drüber gesprochen im Plenum. Da können wir mal reinhören. Wenn auf Sylt betrunkene Grölen geifert ihr Georg Restle, alle Deutschen sind Rassisten, sticht der afghanische Attentäter zu, dann warnt man, wie auch Helge Lind, vom Generalverdacht. Aber Sie glauben, das sei der Gipfel der Schamlosigkeit? Nein, das ist es nicht. Hinter den verschlossenen Türen des gestrigen Innenausschusses reagierte die Grüne Katrin Göring-Eckardt auf einen Wortbeitrag gegen den Islamismus mit Mi, 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 Mi. Haben Sie gar keinen Respekt vor den Ermordeten und Schwerverletzten? Mit diesen Leuten, für die der Verrat an Deutschland zum politischen Tagesgeschäft gehört, wird sich hier nichts ändern. Katrin Göring-Eckardt, muss man sagen, beklatschte den Bevölkerungsausschuss seit Jahren und hat schon vor einigen Jahren gesagt, unser Land wird sich ändern und zwar drastisch. Das war zur Zeit der großen Migrationskrise. Und ich sage euch eins, ich freue mich drauf. Also sie hat gesagt, unser Land wird jünger werden, es wird religiöser werden und hat damit eigentlich schon vieles vorweggenommen, was heute tatsächlich so eintritt. Aber natürlich ist das keine Entwicklung, die viel Gutes gebracht hat. Ja, und ich habe mir nochmal einen alten Artikel ausgedruckt. Aus der BILD hat die BILD getitelt, am 15. November 2022 verhalf grünen Politikerin ihrem Liebsten zu Millionen. Also ihr Lebensgefährte, der Herr Gundlach, ist Vorsitzender von United for Rescue. Ja, Gründer und Vorsitzender. Und dieser Thies Gundlach, ihr Lebensgefährte, hat Millionen bekommen, also bekommt acht Millionen vom Steuerzahler bis 2026. Da gab es einen Haushalts, einen Beschluss im Haushaltsausschuss. Und da wurde natürlich Vetternwirtschaft vermutet. Und was macht denn hier United for Rescue? Das sind diese NGO-Schiffe, die auf dem Mittelmeer rumschippern und Schwarz suchen, um sie einzusammeln und dann nach Deutschland zu bringen. Für die Umfolgung natürlich, für die Abschaffung der Deutschen. Und das ist das, was sie damit meint. Unsere Gesellschaft hat sich auch drastisch verändert. Und ihr Lebensgefährte, der Herr Thies Gundlach, so heißt er, bekommt eben Millionen dafür, dass er weiterhin viele Schwarze aufsammeln kann, die dann hier angesiedelt werden. Also aus meiner Sicht ist diese Umfolgung Wahnsinn. Und diese Entwicklung, diese Brutalität, die Vergewaltigung, diese Messerangriffe, das zeichnet sich schon lange ab und es verschärft sich jetzt und wird immer schlimmer. Und hier haben wir nochmal den Videobeweis, dass sich Katrin Göring-Eckardt genau darauf gefreut hat. Wir reden darüber, wie unser Land in 20, in 30 Jahren aussieht. Es wird jünger werden. Ja, wie großartig ist das denn? Wie lange haben wir über die Demografie gesprochen? Es wird bunter werden. Ja, wie wunderbar ist das? Das haben wir uns immer gewünscht. Wahrscheinlich wird es auch religiöser werden. Und ja, unser Land wird sich ändern und zwar drastisch. Und ich sage euch eins, ich freue mich drauf. Ja, und wozu das führt, das haben wir jetzt in Gera gesehen, ausgerechnet in Gera, wo man immer denkt, Thüringen, heile Welt, da ist die Welt noch in Ordnung. Aber auch dort breitet sich der Multikulti-Wahnsinn aus. Und da ist jetzt ein Video aufgetaucht. Die Tat selbst ist schon einige Tage her, aber jetzt ist das Video in Umlauf gekommen, wo man also einen 14-jährigen deutschen Jungen sieht, der wirklich minutenlang gequält und geprügelt wird von einer migrantischen Jugendbande. Und da haben wir auch nochmal hier den Videobeweis, ist zensiert für YouTube, damit YouTube das nicht aus dem Verkehr ziehen kann. Aber ich denke, man erkennt genug. Ja, das Opfer, 14 Jahre alt, saß du auf der Parkbank, total apathisch, wie unter Schock, wie in Schockstarre. Und diese arabische Jugendbande prügelt auf ihn ein. Die Täter selbst erst zwischen 12 und 13 Jahre alt, aber offenbar schon so gewaltbereit, so verroht. Ja, also es ist unerträglich, das zu sehen. Und die Politik und die Gesellschaft, die duldet ja auch solche Gewaltexzesse. Das wird geduldet. Und diese Jugendlichen, Syrer und Afghanen, sind nicht nur äußerst brutal vorgegangen, sondern sie sind auch stolz darauf, keine Deutschen zu sein, weil die Deutschen sind ja dumm und lassen sowas mit sich machen. Es ist wirklich ganz furchtbar. Und da ist noch ein Fall aus Hamburg. Da hat eine 20-Jährige einen Vergewaltiger beschimpft in den sozialen Medien. So, wegen Hasskommentar gegen den Vergewaltiger muss diese junge Frau jetzt in Haft. Der Täter bleibt weiterhin auf freiem Fuß. Zur Erinnerung, in Hamburg wurde 2020 eine 14-Jährige gruppenvergewaltigt von neun Männern. Ja, einige hatten bereits die deutsche Staatsangehörigkeit erhalten, andere noch nicht. Ein Syrer, ein Montenegriner, ein Kuwaiter, ein Afghane und ein Armenier. Dann, was hat sie getan? Sie hat dann einen der Vergewaltiger, also wie gesagt, acht von neun sind auf freiem Fuß, kam mit Bewährung davon, hat sie dann erkannt und hat ihn bezeichnet als ehrloses Vergewaltigerschwein und ekelhafte Missgeburt. Dann hat die junge Hamburgerin weiterhin geschrieben, er könne nirgendwo mehr hingehen, ohne von ihr auf die Fresse zu kriegen. Schämst du dich nicht, wenn du in den Spiegel schaust, hat sie ihm auch geschrieben, und hoffen wir, dass du einfach weggesperrt wirst. So, dafür muss sie jetzt ins Gefängnis. Dann hat sie das erklärt, sie hat einfach ohne lange zu überlegen ihrem Ärger Luft gemacht. Und die Vergewaltiger, die bleiben jetzt auf freiem Fuß, sie muss jetzt ein Wochenende in Haft. Also immerhin kam noch nicht mal einer der Vergewaltiger für ein Wochenende in Haft. Es ist unglaublich. Ich meine, Paul, das Vertrauen in unseren Rechtsstaat ist ja schon lange gebrochen. Und ich muss noch hinzufügen, dass die Polizei übrigens gegen 140 weitere Personen wegen Hassrede gegen diese Vergewaltiger ermittelt, berichtet das Hamburger Abendblatt. Also wir sehen, Weiße werden sofort bestraft wie diese Hamburgerin, wenn sie ihrem Frust mal freien Lauf lassen. Und das kann aber auch mal eines Tages nach hinten losgehen. Das kann genau das Gegenteil bewirken. Also wenn Menschen schon wegen Worten ins Gefängnis müssen, dann können sie auch gleich mal zulangen. Das nennt man Reaktanz. Und diese Situation ist wirklich desaströs. Ja, und dieses zweierlei Maß, was du beschrieben hast, das erkennt man ja nicht nur im Strafmaß, sondern eben auch jetzt an der Nichtreaktion der Altparteienpolitiker auf dieses Geschehen des Jens Gera. Weil wir erinnern uns, wir haben darüber berichtet, am Wochenende ging ja diese Geschichte um, dass in Grevesbühlen in Mecklenburg-Vorpommern eine 20-köpfige deutsche Jugendbande über ein 8-jähriges, ghanaisches Mädchen hergefallen sei und ihr ins Gesicht getreten habe. Und jetzt ist herausgekommen, diese ganze Geschichte erfunden. Den Tritt ins Gesicht hat es nie gegeben. Und jetzt in Gera sind ja die Rollen vertauscht. Also als Angreifergruppe haben wir eine 20-köpfige Migrantenbande und als Opfer eben ein 14-jähriges deutsches Kind. Und da gibt es überhaupt keine Reaktion. Also auf dieses ghanaische Mädchen, da hat ja nicht nur Annalena Baerbock reagiert, sondern auch Nancy Faeser und Manuela Schwesig und die gesamte Politprominenz und die gesamte Medienprominenz. Und hier, wer spricht darüber? Nur die Alternativmedien wieder. Und das Schlimme ist heutzutage in diesem Medienzeitalter, dass vieles nur noch besprochen wird, wenn es auf Video vorliegt. Wobei man ja sagen muss, das hier ist kein Einzelfall, so etwas passiert alltäglich, so etwas ist mittlerweile Alltag, auf deutschen Schulhöfen auch. Und da kann man sich, glaube ich, auch denken, warum die 16- bis 24-Jährigen so sehr AfD gewählt haben. Natürlich auch, weil Maximalan Krah gute Arbeit geleistet hat auf TikTok, aber nicht nur, sondern auch aus Notwehr. Einfach, weil es nicht anders geht. Einfach, weil die ausbaden müssen auf den Schulhöfen, was die Politik da oben verzapft hat. Und allein in Gera gab es diesen Monat drei solcher Vorfälle. Also die migrantische Jugendbande, die da aktiv war, die ist da wohl auch stadtbekannt, kann man sagen. Hier zum Beispiel der Hauptverdächtige im jetzigen Fall, auch erst zwischen 12 und 13 Jahre alt. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Und hier die ganze Gruppe. Das sind also Teenager aus Afghanistan, aus Syrien und dem Irak. Und hier sieht man, die kleinen Hände haben sie zu Pistolen geformt. Und hier offenbar der Redelsführer hat auch den sogenannten Islamisten-Zeigefinger nach oben. Da kann man sich schon denken, was das für eine soziale Struktur ist. Und das ist unvorstellbar. Ja, Frau Göring-Eckardt wird jetzt jubeln und sagt, ich freue mich auf euch. Bunter, jünger, religiöser, so hat es das ja gesagt. Und hier haben wir noch den Stefan Brandner mit einer Stellungnahme auf das, was passiert ist, der ja auch in Gera aktiv ist und der sagt, die Strafmündigkeit muss auf 12 Jahre runtergesetzt werden. Wir sehen ja, nicht nur Opfer werden immer jünger, sondern auch Täter werden immer jünger, weil da eben Parallelstrukturen mittlerweile existieren, wo junge, also wirklich Teenager-Täter rangezüchtet werden, kann man sagen. Ja, das möchte ich auch hier nochmal wiederholen an dieser Stelle. Wir wagen hier ein historisch einzigartiges Experiment und zwar eine monoethnische, monokulturelle Demokratie in eine multiethnische zu verwandeln. Das kann klappen, das wird, glaube ich, auch klappen, aber dabei kommt es natürlich auch zu Verwerf, zu vielen Verwerfungen. So, das hat Jascha Munk in den Tagesthemen am 20. Februar 2018 gesagt und er ärgert sich bestimmt schwarz, weil er das so offen sagt in den Tagesthemen. Es geht um nichts anderes als um die Abschaffung der Deutschen und um die Umfolgung. Und durch die Zuwanderung dieser Fremdvölker beschleunigen sich diese Verwerfungen, von denen Jascha Munk immer so gern spricht, immer mehr. Und diese Entwicklung hat sich eben schon lange angekündigt. Wie gesagt, wir sehen hier 2018 und er ist ja auch bar, eines jeden Verdachts Verschwörungstheoretiker zu sein, nicht weil er Jude ist, auch nicht, weil er im Herausgeberrat der Zeit sitzt und im Moment ruht das, weil er einen Vergewaltigungsvorwurf komischerweise am Hals hat, sondern weil er es in den GEZ-Medien, in den Tagesthemen gesagt hat. Und die sind ja auch bar, eines jeden Verdachts Verschwörungstheorien zu verbreiten. Also Paul, da brauchen wir hier überhaupt keine anderen Pläne mehr vorstellen zur Abschaffung von uns Deutschen, wie zum Beispiel den Gutenhofe-Kalergi-Plan. Den habe ich mir hier mal kurz zusammengefasst. Also der soll ganz kurz mit drei Worten die Deutschen halt verblöden und soll sie wegzüchten durch Vermischung mit vorzugsweise Schwarzen. Und das ist zwar keine Verschwörungstheorie, dieser Plan wird umgesetzt, den gibt es. Und die ehemalige Kanzlerin Angela Merkel erhielt bereits 2010 den Gutenhofe-Kalergi-Preis, also eine Auszeichnung, die die European Society Gutenhofe-Kalergi alle zwei Jahre vergibt an verdiente Politiker. Gut, das war nicht in den GEZ-Medien, dass die Kanzlerin, die ehemalige Angela Merkel, diesen Preis erhalten hat. Stimmt aber. Die Pläne, uns umzufolgen und abzuschaffen durch Vermischung, werden mit diesen vielen Verwerfungen knallhart umgesetzt. Und sogar in der Werbung, wie wir es auch schon festgestellt haben, gibt es ja eigentlich fast nur noch Migranten. Es ist eine Entwicklung, die so nicht mehr weitergehen kann. Also ich weiß nicht, ich sehe eigentlich nur eine wünschenswerte Lösung in der Remigration und endlich grenzendicht. Aber so wie es aussieht, wird es voraussichtlich leider erst später dazu kommen, wenn es noch schlimmer geworden ist. Und bis dahin empfehle ich dringend, vor allem auch hier Frauen und Mädchen, Ballungszentren zu vermeiden, in denen viele Migranten leben. Einfach aus Sicherheit. Wir haben das Beispiel mit der berühmten Schale Bonbons, wenn ich sage, die meisten sind gut und genießbar, aber eins ist vergiftet. Willst du dann russisch Roulette spielen und reingreifen und welche essen? Vermutlich nicht. Also wir müssen diese Ballungszentren erst mal meiden. Und zum Zweiten lege ich allen dieses Buch hier ans Herz von Lars Konarek, vor allem auch Frauen und Mädchen, weil denen hat er sich auch gewidmet. Und der Lars Konarek gehört zu den führenden Spezialisten für Selbstverteidigung in Deutschland und hat auch uns Frauen in seinem aktuellen Buch Freie Waffen für den Eigenschutz professionellen Rat gegeben. Und er weiß, wovon er spricht. Der Mann war schon bei etlichen Radio- und TV-Sendungen dabei und hat zahlreiche Spezialeinheiten, Militärs und Personenschützer im Nahkampf ausgebildet. Also der Staat bietet uns keine persönliche Sicherheit mehr. Wir müssen uns selber schützen und der Lars Konarek, der zeigt, wie das geht, mit legalen Waffen. So haben wir mehr Schutz vor Messermännern, vor Vergewaltigern. Und ich würde sagen, jetzt gleich das Buch bestellen, damit wir sicherer durch diese schlimmen Zeiten kommen. Wir haben es ja schon dreimal empfohlen diese Woche und haben es uns auch gegenseitig jetzt zugeschoben in der Redaktion. Und auch du warst ja als Frau begeistert, weil da wirklich auch für Frauen gute Sachen drinstehen. Wobei ich ja schon im Nahkampf ausgebildet bin und sehr selbstbewusst durch die Straßen gehe. Mir hat auch noch keiner was getan. Sehr gut. Liebe Zuschauer, unruhige Zeiten, aber Kompakt TV wird natürlich weiterhin senden. Jetzt ist erst mal Wochenende. Wir haben ein Sonderprogramm für dieses Wochenende. Und zwar haben wir sehr interessant einen Augenzeugen interviewt, der dabei war, als zwei Tunesier in einer Hamburger S-Bahn gewütet haben und da auch mit einem Messer einen Mann angegriffen haben. Dieser mutige Deutsche, der mit uns gesprochen hat, ist da eingeschritten. Und dieses Interview wird am Wochenende gezeigt, am Sonntag. Und am Samstag, 18 Uhr, haben wir einen Beitrag zum aktuellen Stolzmonat, quasi das patriotische Pendant zum Pride Month. der LGBTQ Community. Darum geht es am Wochenende. Schalten Sie also ein und am Montag geht es natürlich weiter mit dem Brennpunkt des Tages. Gerne wieder mitkommentieren. Gute Nachrichten auch. Unser neues Monatsmagazin ist jetzt da. Da geht es um Sylt, es geht um Mannheim, es geht um Fußball. Deutschland, den Deutschen ist der Titel. Und dazu, das haben wir auch hier im Studio. Steffi zeigt es gerade in die Kamera. und wir haben natürlich auch einen Clip, der zeigt, worum es geht. Und der kommt jetzt. Film ab. Wir haben Angst, wir haben uns harvest, wir haben uns hohe Kontakt, bei derללten gut zu den Vielen Dank.